Fick-Habbaus rein, oder? Fick-Habbaus rein, oder? Der Robin war schneller Ja, Jonas, schön So geht er Aber schmückt wohl die Vorlage, oder? Ja, sehr schön Ui Der hat den Boden nicht mal berührt, der war Oh, Jonas, Jonas Boah, der hättest'n Doppelpass gespielt, ne? Achtung, keiner mehr hinten Ja Sollte er ein Eigentor werden? Ne Ne, Jonas hat ein Eigentor geversucht Spielmanipulation hier Bleibst du hinten, oder? Nee Mach ihn Das wird ein winziges Tor Ja Den hast du keinen Fall zu überrührt, oder? Nee Nee, das war das Tor Das war das Tor Also, okay Das war voll der Lenk dabei Ja, ja Was haben wir? Und ich sag dir, du hast mehr Sub-Feeling, wenn du die Erfindung hast Nice Warte, oder der hat den, pass auf Okay Nice Ui Er war ein bisschen sehr hart Uuuuuh Na, das? Boah Nein Wunderschöne Schottkasten Nee, guck mal nicht Hey, warum krieg ich dafür keine Vorlage? Ich war der Einzige, den Ball davor berufen Alter, was war das denn für'n Ding, man? Krass Digga, den Hass aber reingesammelt Okay Habe ich Ja, hab ich Ja, das war auch sehr schön hier zu sehen Boah 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 Was ein Ding Komm hoch zur Seite Ich krieg den Mitte Der andere fährt aber schon wieder, Jonas Boah Uuuuhuuhu He Ich wollte den einen nicht, wollte ich den blocken Dann bin ich aber nicht draufgefahren Habe ich Habe ich Schatzung Ja, guck mal, war da nur ein paar Vorlage Der steht schlecht Nice Boah, was das für eine Vorlage war Ja, mit dem Ja Aufziehen Ja, weil der Stand auch schlecht Guck mal, wie der Stand Wo der Stand da Ja Das ist ein Scheiße Irgendein Kollege hier Ah, der kann knapp werden Ah Ja, der Nein, den wollte ich doch Hey, Robin Welcher? Ja Hey, welcher? Wenn Robin Robin sagt, hm Ja, ich hab nicht gehört Ich soll dich schon meiner Freundin sagen Du bringst immer Die Pakete zu spät Schleeecht Wobei ich sagen muss, dass DHL besser liefert als die deutsche Wurst Ja, und Hermes sogar Ah, siehste? Ja, hör mal, bei Hermes verschicke ich auch immer nur Sachen, die, ähm, keine Ahnung Nicht schlecht oder Werden können Ja, die gar nicht ankommen müssen 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 Achtung Ihr seid rot, ne? Komm, mach hin, mach hin, mach hin, mach hin Wobei ich schon nie Ich hab nicht Dann bin ich schon mal dabei Ich habe nicht Nein, geil Ja, ja, ja Ja, ja Ich rede mir wieder, ey, wüsste das Was? Braastrichtkirchen Ach so, was Was, was war denn das? Der fliege und der fliegernd von links nach rechts und schießt der von links으로 in den was ist danke boah was nein was Junge uuuuh was ein Tor bin ich nochmal eben sprung Nein! Ich bin auch dran vorbei! Nein, ich hab ihn da berührt! Ja! 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 Was für Ding! Schön! So stolz! Ich bin stolz, ein Firewall zu sein! Ja! Komm, da ist keiner! Der muss! Ja! Nein! Niiiice! Very nice! Very nice! Very nice! Niiice! Very good! Oh, dieser Fuß ist gekommen! Ja! Ja! Richtig, oder? Da hat er hinten ist keiner drauf! Bitte? Ja! Geil! Ich liebe dich! Nein! Ich will ein Kind von dir! Boah! Eins? Hehehe! 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 Ne! Ja! Hehehe! Der hat uns ja nicht gehört! Hehehe! 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 Der hat uns ja nicht gehört! Boah! Ja, schön! Boah, ey! Der Double-Hit! Hehehe! Dein Levels und Feuer! Ja! Komm schon, komm schon! Hehehe! Schau dir das Tor an! Hör mal! Ich glaub, wir machen die jetzt sowas von fertig! Die haben gleich keinen Bock mehr! Rückwärts! Easy Peasy! Lemon Squeezy! Hehehe! Hehehe! Wir stehen für Fair Play! Hehehe! Hehehe! Oh, schade! Ja, das ist erst gewesen! Ah, stimmt! Bleib nur da! Hehehe! Hehehe! Was ist dein Ding? Hehehe! Den hole ich heute! Ne, den hole ich! Oh! Mein Tor! NEIN! Hehehe! 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 Das will ich ihm hier nicht unterstellen! Hehehe! Ne, mit sowas muss man vorsichtig sein! Ja! Ja gut! Brasilien! Hehehe! 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 Hehehe!